Hier ist noch eine sehr schwer zu erkennen, die sind alle da getan und da sind noch welche richtig getan. Und bei den anderen wachsen schon diese Seehärchen auf den beiden. Oh guck mal, der ist komplett pink nun mal. Aber wie das so für die aussehen muss, wenn die von außen gucken und gehen.